Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Wir alle werden dieser Tage daran erinnert, dass es wichtig ist, um unsere Demokratie zu kämpfen. Dass demokratische Regeln und Prinzipien nicht nur eingehalten, sondern auch gelebt werden müssen. Vor allem dann, wenn andere konträre Positionen vertreten. Angesichts grotesker Verschwörungsmythen und Hetze in Social-Media-Kanälen, angesichts zunehmend extremistischer Positionen und der kommunikativen Verbortheit mancher Mitmenschen, ist es allerdings nicht gerade einfach, außerhalb seiner eigenen Community für den Schutz von Minderheiten einzutreten und einen respektvollen Umgang miteinander zu wahren. Besonders aufgefordert, demokratische Prinzipien zu leben und zu vermitteln, sind Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, also Lehrerinnen und Erzieher, Jugend- und Sozialarbeiterinnen. Sie tragen eine große Verantwortung dafür, dass Kinder und junge Erwachsene lernen, was sie von einem demokratischen Gemeinwesen erwarten können und was es gleichzeitig von ihnen fordert. Und auch, wie sie an demokratischen Prozessen teilhaben können. Beim Deutschen Bildungs-Server habe ich einige interessante Ansätze und Materialien gefunden, die dabei helfen, demokratische Grundsätze zu vermitteln und Partizipation zu ermöglichen. Mein Name ist Christine Schumann. Ich habe diesen Podcast zum Internationalen Tag der Demokratie am 15. September aufgenommen. Gleich zu Beginn möchte ich eine Lanze brechen für Toleranz. Nein, nicht für gleichgültiges Gewährenlassen, sondern für Toleranz, die einen dazu bringt, einen Konflikt aus Einsicht in die prinzipielle Gleichberechtigung der anderen auszuhalten oder gewaltfrei zu regeln. Diese handlungsorientierte Interpretation von Toleranz liegt einem didaktischen Konzept zugrunde, das Pädagogen übrigens nicht nur in der Schule helfen soll, diesen Toleranzbegriff in konkrete Bildungsarbeit zu übersetzen. Erarbeitet hat das Konzept die Bertelsmann-Forschungsgruppe Politik bereits 2002. Die Broschüre umfasst 38 Seiten und heißt Toleranz – Grundlagen für ein demokratisches Miteinander. EduSkills Plus ist eine Plattform, die acht renommierte Institutionen aus fünf Ländern in einem EU-Projekt gemeinsam entwickelt haben. Sie bietet Lehrerinnen und Lehrern eine Fülle von Materialien und fertigen Modulen zu Themen wie Menschenrechte, Rassismus, Migration, Klimawandel, Globalisierung, fairer Handel oder Konsum. Mit den Modulen werden Fähigkeiten wie kritisches, kreatives und einfühlsames Denken entwickelt und gestärkt, notwendig für die aktive Teilhabe an demokratischen Prozessen und das Zusammenleben in Vielfalt. Die Plattform umfasst drei Elemente – gebrauchsfertige Module zu verschiedenen Themen sowie zur Umsetzung philosophischer Fragestellungen im Unterricht, eine mehrsprachige Mediathek mit Ressourcen, Materialien und Modellprojekten aus verschiedenen Ländern und Online-Tutorials für Lehrende zur Nutzung und Implementierung der Materialien. Demokratie hat auch viel mit Selbstermächtigung, mit Selbstwirksamkeit zu tun, vor allem bei Kindern. Wie können Kinder dazu ermutigt werden, sich über Erfahrungen zu beschweren, die sie selbst traurig oder wütend machen, vor allem wenn es so scheint, als würden alle anderen sie normal finden? Was trägt dazu bei, dass Kinder in ihrem eigenen Gefühl vertrauen und Erwachsenen vertrauen, dass diese sie mit ihrem Gefühl ernst nehmen? Wie also können Beschwerdeverfahren in den Kindertagesstätten umgesetzt werden, damit sie für möglichst viele Kinder und ihre Themen geeignet sind? Das sind einige der vielen Fragen, auf die das Modellprojekt Antidiskriminierung als aktiver Kinderschutz Antwort gefunden hat. Sie sind in der 76-seitigen Veröffentlichung »Wenn Diskriminierung nicht in den Kummerkasten passt« eine Arbeitshilfe zur Einführung von diskriminierungssensiblen Beschwerdeverfahren in der Kita zu finden. Der Dokumentarfilm »Prävention – Wie die Demokratie gerettet werden soll« ist im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben« entstanden und ist vor allem etwas für Jugendliche und junge Erwachsene. Er geht unter anderem der Frage nach, wie gefährlich eine steigende Radikalisierung aus der Mitte der Gesellschaft heraus für unsere Demokratie ist. Darüber hinaus werden Ursachen für Radikalisierung und damit Ansatzpunkte für Präventionsarbeit und ihre Aufgaben thematisiert. Beeindruckend ist, wie nah er an den Menschen und ihren persönlichen Erfahrungen und Lebenssituationen bleibt, frei von Worthülsen und Klischees. Eine Web-Doku bietet noch Hintergründe zum Film. In ausnehmend gut gemachten Animationen werden Szenen erzählt, denen die Filmemacher während ihrer Recherchen in Deutschland begegnet sind. Unbedingt empfehlenswert. Der Film kann übrigens kostenfrei abgerufen werden. Zum Schluss möchte ich noch auf die Seiten hinweisen, in denen ich diese Informationen gefunden habe. Das Dossier Demokratie und Partizipation Lernen und Leben zu finden auf der Startseite des Deutschen Bildungsservers unter Bildungswesen Allgemein, thematische Schwerpunkte. Das Dossier Demokratie als Thema im Unterricht im Bildungsthema Schule. Auch die aktuelle Reihe Demokratie und Bildung im Bildungsserver-Blog ist eine gute Informationsquelle. Fachleute aus verschiedenen Bildungsbereichen sprechen hier über ihr Verständnis von Demokratiebildung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.